Sag mir, bist du glücklich? Ich laufe durch die Straßen, sehe Menschen, die feiern und lachen, essen und trinken, wegschmeißen, während andere ertrinken und verhungern. Auf dem Spielplatz an der Ecke schießen Kinder mit Platzpatronen, lassen Häuser explodieren, haben eine Kugel in ihrer Schulter, nicht nur in ihrer Fantasie, wenn man weiter sieht. Sag mir, bist du glücklich? In diesen Zeiten, die sich schneller drehen, schneller wandeln, immer schneller, 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 schneller. Stillstand. Bei 1,5 Grad Wanderung, immer kurz vorm Abrutsch, wenn Gletscher schwinden, schwitzen. Die nächste Welle, die nächste Flut. Sag mir, bist du glücklich? Hastig hastest du durch die Straßen, hastest, postest, scrollst, swipest. Hass. Zu viel in dieser Welt, in der jeder besser sein will. Muss. Was bist du sonst? Sag mir, bist du glücklich? Ich hoffe es. Denn sie brauchen dich. Wir brauchen uns. Die Flut. Die Flut. Die Flut. Die Flut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020